Herzlich Willkommen zur Lichterfeier aus Taizé. Hallöme Sanktihe in Glomino, 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 Hallöme Sanktihe Der Erfant, der Sauveur. Sieg, leberon d'Aussehne. Luger, leberon d'Aussehne. Der Erfant, der Sauveur. ZANG EN MUZIEK 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 di fronte a tutte le nazioni. Del libro del profeta Isaías come il suolo echa sus brotes, come un jardin hace brotar sus semillas. Asi il Signore farà brotar la justicia e i os himnos ante tots els pobles. Bless the Lord my soul And bless God's holy name Bless the Lord my soul Who leads me into life Bless the Lord my soul And bless God's holy name Bless the Lord my soul Who leads me into life Bless the Lord Canti la mia bocca La gloria di Dio Ogni vivente benedica Il suo nome Ave Santo Bless the Lord my soul And bless God's holy name Bless the Lord my soul And bless God's holy name Bless the Lord my soul Wie ein Vater sich seine Kinder erbarmt So erbarmt sich der Herr über alle die Liebe Amen Bless the Lord my soul Amen 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 Sois avec nous Seigneur Emmanuel Sois avec nous Seigneur Emmanuel Sois avec nous Seigneur Emmanuel Seigneur Emmanuel Seigneur Emmanuel Viens bientôt Jésus le Christ Tu te tiens près de tous ceux qui sont méprisés Seigneur viens bientôt Sois avec nous Seigneur Emmanuel Jesus Christus, du schließt mit uns einen neuen Bund, den ich zerschüttern kann. Herr, komm bald. Christo Jesus, du illuminas los ojos de todos los que están en tinieblas. Christo Jesus, du illuminas los ojos de todos los que están en tinieblas. Christo Jesus, du level the paths, and your glory will dwell in our land. Lord, come soon. For those participating in prayer online, for the families and loved ones in this time of preparation for Christmas. Lord, we pray. For the people of Bangladesh, for the brothers of TC that are living in Tanarvay, for the young people that are looking for a path in their life, for Joy, Binhu and Ashish, for Ruma and the pastor group of Micarabu. Te pedimos, Señor. Seigneur, nous te prions. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du segnest uns, Gott des Trostes, wir möchten in Deiner Liebe leben und Dich wie aus einem Mund loben You bless us, God of all love We want to pay attention when your call resounds deep inside us Go forward, let your soul live Du nous bénis, Dieu de tendresse Affermis nos cœurs dans la confiance que tu nous aimes Fiez-vous en Lui, ne craignez pas La paix de Dieu gardera vos cœurs Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, ne craignez pas Fiez-vous en Lui, ne craignez pas Fiez-vous en Lui, ne craignez pas Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, ne craignez pas La paix de Dieu gardera vos cœurs Fiez-vous en Lui, Alléluia Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, ne craignez pas La paix de Dieu gardera vos cœurs Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, ne craignez pas Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia Fiez-vous en Lui, ne craignez pas Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia Fiez-vous en Lui, Alléluia Lui, Alléluia Fiez-vous en 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 Lui, Alléluia Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelques temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se tint cachée pendant cinq mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » A reading from the Gospel according to St. Luke. After the angel had told him that a child was to be born, Zachariah said, How will I know that this is so? For I am an old man, and my wife is getting on in years. The angel replied, I am Gabriel, I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to bring you this good news. But now, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time, you will become mute, unable to speak, until the day these things occur. Meanwhile, the people were waiting for Zachariah and wondered at his delay in the sanctuary. When he did come out, he could not speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary. He kept motioning to them and remained unable to speak. When his time of service was ended, he went to his home. After those days, his wife Elizabeth conceived, and for five months she remained in seclusion. She said, This is what the Lord has done for me when he looked favorably on me and took away the disgrace I have endured among my people. Oh, regardant au loin voici, je vois venir la puissance de Dieu et la nuit couvrant toute la terre. Allons-en devant de lui, car il vient régner sur son peuple. Allons-en devant de lui, la nuit couvrant toute la terre. Allons-en devant de lui, la nuit couvrant toute la terre. Allons-en devant de lui, la nuit couvrant toute la terre. Amen. 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 Bald nachdem der Engel Zacharias die Geburt eines Kindes angekündigt hatte, empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, Der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Poco después del anuncio del ángel a Zacharias, su esposa Isabel quedó embarazada. Durante cinco meses permaneció retirada, pensando, Was er nicht für mich, Herr Herr? Es ist jetzt, wenn er mich von meiner Angst hat. Amen. Amen. Auf der Zeit, nachdem der Engel an Zacharias hat vertelt, dass er ein Kind hätte, wird seine Frau Elisabeth schwanger. Sie lebte fünf Monate lang in afzondering und sagte bei sich selbst, Der Herr hat mir geholfen. Er hat das für mich getan, damit die Menschen mich nicht lange verachten. Er hat mir geholfen. Er hat mir geholfen. Er hat mir geholfen. Dopo l'annuncio dell'angelo a Zacharias, sua moglie Elisabetta concepì, ma si tenne nascosta per cinque mesi, dicendo, Ecco ciò che ha fatto per me il Signore in questi giorni nei quali ha volto su di me lo sguardo, per togliere la mia vergogna tra gli uomini. Krótko po zapowiedzi anioła, Zacharias powrócił do swego domu. Potem żona jego Elisabetta poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. Tak uczynił mi Pan, mówiła, wówczas kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Baada ya muda fulani tangazola malaika kwa Zakaria, Elisabetta mkewake akawa mjamzito. Halika katika nyumba yake na akutoka nje kwa miezi mitano. Halisema na sasa atimaye buwana amenisaidia kwa kuniondolea aibu yangu. Halisema na sasa atimaye buwana amenisaidia kwa kuniondolea aibu. Maranatha, Maranatha, ostende nobis domine misericordia. Maranatha, ostende nobis domine misericordia. Maranatha, ostende nobis domine misericordia. Amen. 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 Behüte mich Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Behüte mich Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Behüte mich Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Behüte mich Gott, ich vertraue dir. Behüte mich Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Behüte mich Gott, ich vertraue dir. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Behüte mich Gott, ich vertraue dir. 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 Du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Behüte mich Gott, ich vertraue dir. Begüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Besuch. Begüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Besuch. Begüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Besuch. Begüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Besuch. Die Lichterfeier aus Taizé. Jeden Samstag neu ab 22 Uhr im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.